Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder zu einem Video von mir eingeschaltet habt. Ich befinde mich aktuell in Florenz in der wunderschönen Toskana und kann es kaum erwarten, die Stadt zu erkunden. Ich habe mir sagen lassen, dass Florenz eine unglaublich schöne Architektur hat, wahnsinnig tolle Museen und es hier sehr, sehr viel zu erkunden gibt. Ich habe auch schon gesehen, dass es hier eine total schöne Restaurantkultur gibt. Es gibt hier total schöne Bars, Cafés und eben auch Restaurants und bin ja super gespannt. Ich kann es kaum erwarten und würde vorschlagen, wenn ihr Lust habt, mich auf eine kleine Stadttour zu begleiten und eben auch so ein paar Eindrücke über Florenz gewinnen wollt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. darauf nach. . . . . . . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also die 414 Stufen sind definitiv herausfordernd, aber ich denke mal der Ausblick wird das auf jeden Fall entschädigen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.